Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. So, bevor wir weitermachen mit dem heiligen Baseball. Wir haben genug Platz im Inventar. Ich möchte gerne, das wollte ich ja vor... Stopfwechsel. Ui! Ich glaube, die gute Dame wird bald verhungern. Naja, das wird sie nicht. Möchte ich gerne Material mitnehmen, welches wir benötigen für... Wo haben wir sie denn da? Da, Kalibrer 12. Also, Schrott, Schießpulver, Papier, Bleiplatte. Bleiplatte. So, Schrott. So. Eins zu drei. So, ich möchte gerne drei Papier... Was ist denn mit dem da? Aufnehmen. Habe ich das jetzt? So. Ähm... Stücke rausreißen. Toll. Super. So viel brauche ich gar nicht. So, dann habe ich drei Papier. Da freue ich mich. Einerseits freue ich mich da. So, das Buch können wir wieder zurücklegen. Dann brauche ich Schießpulver. Haben wir im Auto denn... Nö. Aber... Ja, in einer der Kisten. So, öffne dich. Das ist die falsche. Genau. So, Schießpulver. Nein. Schießpulver ist dann da. Ja, genau. So, wir brauchen drei Stück Schießpulver. Hier. Und hier. Und hier. Kann man die eigentlich zusammen in eine Dose geben? Geht das? Oh. Oh. Okay. So, dann nehmen wir das noch mit. Und das noch mit. So, die zusammenführen. Die zusammenführen. Die da herlegen. Die da. Nö. Geht nicht. 102. Ach so. Weil die verschiedene Haltpaketen haben. Ach, egal. Gut. Dann tun wir sie einfach weg. Schade. Schade, 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 schade. So. So. Hier Bleiplatten. Wir brauchen drei Bleiplatten. So. Eins. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht so extrem Stück. So. Und wir brauchen eine Werkzeugkiste. Super. So. Und jetzt brauche ich Essen. Wir werden die Werkstatt suchen. Ich habe natürlich. Natürlich. Wer kennt es nicht? Ich weiß nicht mehr, wo die Werkstatt war. Ich weiß da drüben irgendwo. Entweder beim Weinfeld oder da oben. Beim Weinfeld. Am Weinberg. Irgendwo war hier eine Werkstatt. Da, 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 da. So, aber da in den kleinen Hütten war doch keine Werkstatt, oder? Ach, ich weiß es nicht, wenn ich das nur wüsste. So, ich steige mal aus. Habe ich gleich Stoff mit? Stop. Da unten müsste ich... Oh, nur Larven. Nein, einen Verband habe ich mit. So. Ich esse mal eine Larve. Oh, ich freue mich über die Schrotflinte. Das war gut, dass wir die gemacht haben. Ist da eine Werkstatt drin? Nein. Hallo? Warum, warum, warum suche ich hier? Was ist das? Ich nehme das jetzt nicht mit. Ich will einfach eine Werkstatt. Oh, da könnte ich aber Essen finden. So, in dem Kühlschrank zum Beispiel. Nein. Nein, verdammt. Was ist denn das da? Ah, eine Truckerjacke. Nehme ich die mit? Nö. Du könntest sie aber zerschneiden. Ja, das könnte ich tatsächlich. Aber ich habe nichts mit zum Zerschneiden. Ich brauche ein Messer. Was ist denn das? Und das da? Ein Kochtopf? Ein Kochtopf. Hier, den musst du mitnehmen. Der ist wichtig. Gut. Wenn ich das sage. So. Das war aber auch nicht die Werkstatt. Ist da drüben die Werkstatt drin? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d Ist da die Werkstatt drin? Ach, verdammt. Wo ist die Werkstatt? Vielleicht ist da drin die Werkstatt. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d- Ich hoffe, ich finde einen Ort wieder. So, dann machen wir da mal zu. Oh, wie fein. Eine Zwiebel soll es sein. So, Bleiplatte und Bolzen. Was haben wir da drin? Die Bolzen. Ich glaube, wir kriegen zu viele Bolzen. So was da drin. Gummibahn brauche ich nicht. So, ja, das kann man zwar nehmen, aber kann man auch da lassen in Wirklichkeit. So, also Handwerk. Ich möchte das hier herstellen. Cool. Oh, wie fein. Fünf Stück. Wir haben ein Papier verbraucht. Und da liegen sie, da liegen sie. Ich nehme sie mit. Sie sind ja alleine sonst. So, Handwerk. Wir stellen gleich mal her. Da kann ich alle Patronen herstellen mit dem Säben. Okay, jetzt könnte ich mir natürlich wegen des Jagdgewehres ansehen. Wow. So, Inventar. Okay, aufgrund fehlenden Papiers. 15 Schuss. Na, nicht schlecht. So was da drin. Okay, dann muss ich mir nur merken, dass hier die Werkbank war. So. Ja, Zigaretten kann man auch mitnehmen. Und wie sieht's aus mit dem Stoffwechsel? Stopfwechsel? Ja, von der Blase her. Weitraut kann ja nicht ins freie Gelände. So. Ich glaube, wir werden wirklich bald in die First-Person-Ansicht wechseln, weil... Nein, das will ich alles so nicht sehen. Das Klopapier ist leider leer. Leider ist das Klopapier leer. So. Jolanda? Nein. Weitraut. Jetzt aber. Blase leer. Super. So. Dann haben wir... Ja, wir haben Muni. Muni, Muni, Muni. Nee, 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 nee. So, schön schneller zulegen. Jetzt holen wir uns noch ein paar Weintrauben, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Weintrauben sind immer eine gute Idee. So, wo fahren wir hin? Zu den Weintrauben. Da hätten wir auch laufen können. So. Super. Da, 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 da. So. Nein, ich will was finden. Och. Ein ganzer Weinberg. Aber fast keine Wein. Ich könnte noch mehr machen. Ich könnte eigentlich noch mehr machen. Also, ich überlege mir gerade nämlich, ob ich zurückgehe und Papier noch hole. Weil ich glaube, dass das ganz gut ist. Ich glaube, das werde ich machen. So. Die Reihe werden wir noch abernten hier. Auch ein nettes Häuschen. So, in die Scheune gehen wir noch rein. Vielleicht findet man Wein. Hey, hey. Nö. Hier. Ach, da oben ist er. Okay, so. Wow. Ich bin noch immer beeindruckt. Au. Verdammt. Wie cool. Ist das cool. Geht das auf die Distanz auch? Ja, ja. Schrei du nur. Oh, wie cool. F-Schuss, okay. Wie viel? Ach so. Da passt nur ein Schuss rein. Okay. Gut, gut, gut. Super. Ich brauche unbedingt mehr. Weitraut, entdeck die Schrotflinte für sich. Ich dachte, da finde ich jetzt einen Maden. So, dann gehen wir da rein. Da gehen wir rein. So, weil da war ja die Dame. Ach, war das cool. Große Aufregung, aber immerhin. So, da könnte ich jetzt auch Männchenfleisch grillen. Best gesagt, Zombiefleisch in dem Fall. So, eine Rasierklinge, das Zeug. Im Mikro. Keine Spaghetti vergessen, leider. So, da ist auch mehr im Herd. Ich habe noch nie im Herd was gefunden. Noch nie. So, schade, dass der Fernseher umgefallen ist. Oh, eine schöne Hütte. Könnte ich als Base nehmen. Oh. Wow. So, die gute Dame. Ja, gut. Was für ein schöner Balkon. Der Balkon des Weinbauern. Ah, super. So, da ist ein Bettchen. Da ist sicher Kleidung drin. Ähm, ich könnte... Nein, eigentlich, ich bräuchte... Gib mir Textilien mal. Danke. Was ist denn das da? Der ist aber sehr rosa-lila. Hm. So, in Lumpen zerteilen. Was habe ich denn jetzt zum... Ah, eine Rasierklinge. Ah, cool. So, Lumpen versorgen. Den könnte ich eigentlich auch zerschneiden. Der ist sicher der Schulranzen. Ja, den werden wir zerschneiden. So, komm, fertig machen. Ah, bin ich aufgeregt. Ich brauche mehr Papier. Ich brauche viel mehr Papier, sehe ich gerade. Boah, die halten... Die geben aber lang aus. So, die schmutzigen Lumpen nehme ich natürlich auch mit. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Boah, ist das cool gewesen. Was ist denn da drüben drin? Ja, jetzt wird er übermütig. So, ist da Wein drin? Ist da Wein drin? Da lag eine Mistgabel. Ja, aber was mache ich denn? So. Und hier... Ah, kennen wir ihn. No wine today. So. Dann holen wir noch Papier. Würde ich sagen. Boah, ist das cool. Also, die Rotflinte, ich muss sagen... Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, Mädel, trab. Ah, können wir noch schauen? Nö. Wahnsinn, wie viele Weinreben und kein Wein. Keine Trauben. Kein Fruchtsaft. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, mit meinem Borsche. Kanamera. Ja, 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 ich weiß. Ja, Mischung zwischen Panamera und Cayman. Mischung zwischen Panamera und Panamera. So. So, zu unserem Privatbusch. Und ich glaube, ist das unser Privatbusch? Ja, das ist er. Super. So, irgendwo haben wir noch Papier? kann ich diese drohne abschießen das wenn man später probieren so 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 das kann man da reinlegen da reinlegen da reinlegen da reinlegen so da haben wir noch papier 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 wir nehmen das ganze papier mit für verheizen das ganze papier so den bolzen ist das ist das ach ich habe es wieder vergessen ist das in der kiste da sind die harten sagt die harten sachen kommen in die kiste so das heißt in die kiste kommen essen sachen und küchenutensilien sehr gut so dann nämlich da und da küchenutensilien so den top für dich doch gern reinbringen gleich so top top da bin ich gespannt was wir mit dem topf machen werden so da kann man den mais umschlichten und jetzt müsste der topf hier platz finden super ist das so wir haben das ganze zeug mit ja und schon mal wie viele patronen sich da ausgehen so nein nicht aussteigen auch weitraut ich freue mich jetzt ja komm 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 nein so komm weitraut muni wird hergestellt die dritte in porsche kann er mehr aber ganz schön der dd 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 ja 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 komm so wenn ich jetzt noch wüsste wo oder hinten steht auch einer habe ich mir erwischt wow so er kommt so aber er hat mich nicht gekriegt oder will ich noch einer gut so er zuckt noch Oh, Rasierklinge und das da. So einen Rest wollen wir nicht. So. Sehr gut. Was war denn in dem Haus eigentlich drin? Schauen wir mal. Was? Wenn ich jetzt schnell zur Schrotflinte, ist dann die Patrone drin oder muss ich die neu reinladen? Okay, Moment. Wahnsinn, oder? Das eröffnet neue Dimensionen. So, ist leider alles so. Leider alles nicht zu brauchen. So, ich weiß auch gar nicht, ob ich den Hammer noch weiter brauchen werde. So, dann schauen wir da mal rein. Ja. Mach ich gut. So, in den Kisten waren wir drinnen. Oh, das haben wir noch nicht durchsucht. So, das nehmen wir mit. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, jetzt machen wir mal mit dem hier. Oh nein, was fehlt? Was fehlt? Oh mein Gott. So, wir haben Schießpulver. Wir haben... Schrott fehlt. Schrott fehlt. Der Schrott. Oh mein Gott. Ich brauche Schrott. Okay. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Wo rät ich jetzt Schrott her? Aus dem Müll. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Müllwühlen. Ich brauche Schrott. Man geht jetzt nicht nochmal zurückfahren. Nö, 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 nö. Ich brauche einfach nur Schrott. Da, 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 da. Da, 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 da. So, da, 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 da. Da, 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 da. Was ist das? Die schaut gar nicht schlecht aus und die ist so stylisch grün-schwarz. Würde mir gefallen. Würde mir gefallen. Würde weitrot super stehen. So, nichtsdestotrotz nehme ich diese ganzen Fetzen mit. So, Schrott, Schrott, Schrott. Di, 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 schrott, schrott, schrott. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Nö, nö. Ein Kartons eher nicht, aber. Nägel. Auch nicht schlecht. Ich glaube, für Werkzeugkisten brauchen wir immer wieder Nägel. Ah, ist ja nicht schlecht. So, nochmal Zigarettenschrott habe ich jetzt da. Eine Spitzhacke. Interessant. Lassen wir die noch da. Das können wir auch mitnehmen. Ist das noch ein Vorschlaghammer? Okay. Oh, so eine Säge nehmen wir mit. Was haben wir da drin? Nix. Was haben wir da drin? Nix. Sehr gut. Aber was ist es? Warum ist das markiert? Nö. So, untersuchen. Munitionskiste. Neun Millimeter. Super. Hat sich schon wieder ausgezahlt. So, was ist das? Hm, ein elektrischer Werkzeug. Wunderbar. Ja, da werden wir die ganz argen elektrischen Sachen machen. So. Naja, ein wenig Schrott haben wir ja gefunden. Also, okay. Ich hätte gerne noch mehr Schrott gehabt. Schrott. Hm. Find man da unten Schrott. Nö. Da in der Garage vielleicht. Da kann ich dann noch so einen Vogel töten. Da kann ich ein Tier jagen. ein Wildtier. So. Noch eine. So, Handwerk. Herstellen. Herstellen. Ja, super. So, Inventar. Und wieder fünf. Ja. Irgendwo war da doch einer. So, da gehen wir jetzt nicht rein. Äh, Schrott suche. Ich brauche Schrott. So, wie schaut es aus? Bleiplatten haben wir auch noch einige. So. Dann legen wir das mal alles ins Auto. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. So, das Elektrikerwerkzeug können wir da auch reinräumen. Na, die Rasierklinge lassen wir da für die Pulsart. Nein. So, Bleiplatten. Da. So. Das kann alles weg. Trinken müssen wir, glaube ich, im Moment ja auch nicht. Da haben wir noch mehr Papier. Das heben wir uns auch auf. So, dann alles ins Auto. So. Nö, Auto bleibt stehen. So, fahren. So, was ich jetzt vorhabe. Oh, wir sind schon wieder fast auf Überlänge. Also, fast ist gut. Wir sind auf über 20 Minuten. Es tut mir so leid. So, da unten sind nämlich Schrottreife wegen. Die haben doch sicher für mich den Schrott. Der Schrottsucher. Oh, eine Baustelle. Oh, da kriege ich ja ganz viel. Kondom. Super. So, dann hier. Holen wir uns ein bisschen Schrott. Den haben wir uns verdient. Die Schaufel lassen wir mal da. So, hier auch den Schrott holen. Da, 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 da. Da, 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 da. Boah, ich freue mich. So viel Schrott. So. Da war was drinnen das letzte Mal. Am Boden lag es. Ja, eine Unterhose. Die werden wir mitnehmen. Ja. So. Na ja, wenn sie mal voll ist. So, das Kondom werden wir später besuchen. Da ist noch ein Lieferwagen. Da ist sicher auch Schrott drin. Schrott da werden wir uns auch holen aus dem Lieferwagen. Ja, da, da. Oh, hat sich ausgezahlt. Hat sich ausgezahlt. Super. So. Meine Damen und Herren. Ich würde sagen. Wir setzen uns nochmal in Bewegung. Fahren rauf. Machen den Rest an Schrotpatronen. Ja. Und dann beenden wir die Folge. Oh, wie cool. Ah. Weitraut. Entdeckt Schrotpatronen. Ja, und Rezampath hat viel Spaß damit. Okay. So, wir fahren rauf. Schnell nochmal zu. Boah. Mädel, lern fahren. So, nochmal schnell rauf zur Werkstatt. Oh, wie cool. Wie cool. So, da kann ich da auch zur Garage. Oder wollte da gerade nach Hause. Der gute Mann. So, den werden wir aber vielleicht so kaputt machen. Nö. Kommt der. Hehehe. So, 15 Schuss in Reserve und einen haben wir da. Oh, es ist halt schon ziemlich laut. Vielleicht kann man später eine Art Schalldämpfer einbauen. Oh. Oh. Oh, ist das fies. Ist das fies. Ist das fies. Und da drin ist noch einer. Soll ich ihm die Tür öffnen? So, vielleicht liegen da coole Sachen noch drin. Oh, ja. Oh, ja. Was ist das? Ein improvisierter Rucksack? Den können wir mal mitnehmen. Aber was ist das? Aber was ist das? Untersuchen. Irgendein Eucottonhoff-Flax. Aha. Okay. So, wir machen da mal auf. Sag mal, sind das zwei? Nö. Doch. Sehr gut. Wenn ich sage Blutbad, dann ist auch Blutbad. Hehehe. So. Ach, wie cool. So, da grölt noch immer eine im Hintergrund. So, herstellen. Patrone. Herstellen. Ausgezeichnet. Herstellen. Oh, wie cool. So, geht nicht mehr. Was fehlt? Schrotthammer. Der Papierhammer. Bleibla... Bleibla... Bleiblaatte. Schon. Schießprüfer. Habe ich keine Werkzeugkiste mehr? Oh, meine Werkzeugkiste ist weg. Okay. So, das nehmen wir auf. Das nehmen wir auf. Ah, ja. Ah, schön. So, was ist da drin in dem Ding? Nichts ist da drin in dem Ding. So, dann nehmen wir das wieder auf. Und... Wir sind jetzt da. So, den legen wir da am Boden. Hey. Ah, war das schön. So, meine Lieben. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich både, ich bedanke mich fürs Dr.